so mit dort in der Liga ein Knochen mit meinem Kopf so kann hier durchstärken eine große Träume das ist da wohl drin bestimmte Seite an uns waren wir dass die Karte ne ach scheiße ich war auch Gott ich steppe der Kompass meinte ich auch Kompass halten du siehst wo sich interessante Dinge befinden drücke Start und betrachte die Karte durchdrücken L oder R ja das ist doch mal interessant war auch immer mehr nachher er kommt ja auch da schon ich mache mich heute wirklich zum Deppen das muss ich richtig schnell drücken und wir kommen auf den Rubinen zurück ist ja super hier erst mal Schieber Rätsel 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 lesen lesen ja lösen okay hier Bomby Bomby weg so zwei Bomben ne eine wieder mein Gott ich habe keine Ahnung mehr geht es hier weiter na geht es hier weiter nö äh gut nein da ist noch ein Schleim nein da ist noch ein Schleim äh mal sehen hier geht es hier geht es weiter juhu und gleich wird es lustig mit der Lore fahren damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen wie was ist denn hast du etwa Angst ach nein das glaube ich nicht da gibt es äh da gibt es doch nichts zu fürchten hopp los jetzt na gut wenn du meinst der hat's nämlich selbst später selbst Schiss und alles gekehlt ja der hört sich besoffen an was war das denn da das da das eben das da eben jedenfalls guckst du so zufrieden Menschenfrauzeuge sind einfach nichts für mich da laufe ich lieber selbst na gut wenn du meinst ich brauche erst mal ein Herz ähm ja Schleimke los hinterlassen Herz gut hinterlassen Herz mein Schade äh so ja die sind eigentlich manchmal nützlich manchmal nicht jetzt sind sie zum Beispiel nützlich na ja jetzt waren sie nützlich ähm ähm ja oder auch nicht weil ich hab jetzt wieder mal was verloren na na los ach fuck so gut äh ja wunderbar gut 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 nicht gut aber jetzt gut nein ja die verarschen mich hier ja so jetzt aber so jetzt jetzt erscheint er ha Portal na sowas hier ist ja ein Portal verborgen wenn ich die schrumpfen lassen soll stell ich drauf und drücke R alles klar ich hab mich immer gefragt was wollte wohl da drin sein also bei dem Steinportal sind ja Kristalle und so und was passiert nichts also ich hab jetzt weggedrückt aber da passiert sowieso nichts der kommt nämlich nur hier an der Seite raus das war ein Ohrendeer das find ich leider schade da hätten sich auch was ausdenken können vielleicht sogar eine Art Lagerrand aber naja hier können wir nicht weiter da fallen wir rein da kommen wir als Miniling sowieso nicht mehr raus dann müssen wir dort ein Zelt aufmachen und ein Feuer ein Lagerfeuer damit wir überleben erst mal und da wir leider kein Holz haben wird das nichts hier waren wir zwar schon da aber jetzt geht's ja hier weiter und hier ist neblich wo ist denn hier das Portal ah hier das Portal kennt ihr das Spiel Portal oder Portal von Valve dieses mit der Portal Gun wo man sich durch Portale schießen muss um weiter zu kommen also es ist eher ein Denkspielen aber auf der Verpackung steht ja ich hab das Spiel auf der Verpackung steht Ego-Shooter-Action naja das ist nicht wirklich Action aber das ist eben Ego-Shooter und Denk-Ego-Shooter mit dem wo es keine Feinde gibt also schon aber die kann man nicht besiegen man hat jetzt nicht irgendwie so eine auch voll Oka 47 und oder das aber ähm ja naja bis eben gutes Spiel die wollen ja auch Portal 2 rausbringen äh Portal? Portal? ja Portal heißt es äh rausbringen und ja naja freu mich drauf mal gucken ob ich mir holo ich habe jedenfalls erstmal das habe ich ja schon im letzten Teil erwähnt die Orange Box und da war es ja dabei deswegen sage ich ich hab's... ach wieso läuft er nicht? äh ja genug mit der von mir ich bin aber angeben oder auch nicht ja eh wenn ich weiß nicht ich rede mit zu viel mach mit zu viel ja ich hab's und so nehm mir ist nicht übel danke ja das hat sie gemacht aber ich halt dann können wir halt den hier reinpacken die kommen da eh nicht auch nicht mehr raus das ist die Quälerei okay okay großen, drünen und Rubin gleich 50 Rubin erhalten Wahnsinn nein was mache ich? war egal nein okay und du hier rein so okay das können wir hier nämlich weiter und dann durch diesen Tornado diese Truhe und so weiter öffnen und ja und alles korrekt und yeah ja ja soo ach genau das ist gut geschafft na linkerns runter gut Tür geh erstmal auf ach dann schieben wir dich hier weiter ach link muss die ganze zeit schwer ackern und ich sitze hier nur davor und steuere ihn Mann nein so äh 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 kleine Schlüssel erhalten eröffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon cool ähm ja da das hier jetzt ein Raum ist wo nichts ist äh mache ich hier äh 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 Schnitt und sage bis zum nächsten Mal Leute hat mir Spaß gemacht ciao ciao